Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüsse Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, den 14. September 2023. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche, sie liegt vor mir und sie bringt, was Sie sonst nirgendwo lesen können, nämlich die andere Sicht. Man muss ja anders und besser sein als die anderen, sonst hat man keine Chance, sonst ist man überflüssig und ich sage in meiner Redaktion immer, wir sind überflüssig, wir sind die überflüssigste Zeitung der Welt, darum müssen wir uns jede Woche aus unserer eigenen Überflüssigkeit herausschreiben. Durch Leistung müssen wir überzeugen, gilt übrigens für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen ist überflüssig, es muss einfach durch Leistung seine Überflüssigkeit überwinden. China strebt nach Harmonie, der antike Weise Konfuzius prägt Xi Jinping's Reich. Professor Daniel Bell im Gespräch mit Urs Geriger, ein Beitrag zur Völkerverständigung, friedliche Koexistenz, das ist für mich heute das Wichtigste, die Leute zusammenzubringen, Brücken zu bauen, nicht Brücken abzubrennen, das Gemeinsame nach vorne bringen, das Gemeinsame betonen und eben nicht das Trennende. Und wir leben in Zeiten, in denen vor allem die Medien den Leuten einzureden versuchen, dass wir uns da in einer Art Höllenkonfrontation gegen das Böse befinden. Das ist doch komplett verrückt, das ist doch kompletter Wahnsinn, was da heute abgeht. Eine Form von kollektiver Hysterie, einer Art von wohlstandsverwahrloster Hysterie, wohlstandsverblödeter Hysterie an der Wirklichkeit vorbei. Natürlich gibt es Differenzen, natürlich gibt es Konflikte und es kann auch Kriege geben, aber meine Damen und Herren, es muss doch unsere Aufgabe sein, und die Medien haben hier einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten, es muss doch unsere Aufgabe sein, diese Konflikte einzuhegen und hinter uns zu lassen und nicht immer noch mehr Gift hineinzupumpen, noch mehr Feindbilder hochzuziehen, noch mehr Waffen zu liefern. Das ist das Rezept, mit dem man im Ersten Weltkrieg Europa an die Wand gefahren hat und nachher dann die Büchse der Pandora, dieses ganze, diesen Hexensabbat empfesselt hat, der dann nachher den Kontinent und die ganze Welt noch viel mehr verwüsterte. Da müssen wir, das sind ja Banalitäten, Selbstverständlichkeiten, so etwas dürfen wir nie mehr zulassen. Ist Putin verrückt? Fragen John Miersheimer und Sebastian Rosato. Ist Putin verrückt? Ja, ist er verrückt oder handelt er rational? Lassen Sie sich überraschen, was diese Experten der Geopolitik zu sagen haben. Leuthards Werk und Sommarugas Beitrag, wie zwei starke Frauen die Schweizer Strompreise ins Weltall, ins Nirwana schossen. Was da alles erzählt worden ist, was Ihnen da alles vorgelogen wurde zu dieser Energiewende. Ich meine, der Welt ist wirklich nur noch mit der Komödie beizukommen, wenn es denn nicht so ernst wäre. Hans Bossart, der legendäre Bahnjournalist, was die SBB jetzt tun müssen, das müssen Sie lesen. Und auch die SBB-Verantwortlichen würden gut daran tun, die weisen Worte dieses wohl grössten lebenden SBB-Experten zu beherzigen. Frauen in der Bibel. Matthias Matussek über das frauenfreundlichste Buch der Weltgeschichte. Die Heilige Schrift ist eine Hymne auf das schöne Geschlecht. Übrigens auch ein ganz schöner Artikel, auch schön illustriert. Und die Bibel, das Grundlagenwerk von allem. Alles, was geschrieben wurde, alles, was gesagt wird, auch in dieser Sendung, ist im Grunde eine Fussnote, eine Fussnote zur Bibel. Was sind die wichtigsten Nachrichten? Was sind die grossen Themen? FDP-Chef Thierry Burkhardt für Beitritt zur Oligarchengeld-Taskforce. Nun also auch die FDP auf dem Enteignungs-, auf dem Beschlagnahmungstritt. Es zerreisst einem ja als Liberalen das Herz, wenn man sieht, wie opportunistisch sich jetzt da diese FDP im Angesicht möglicherweise schwindender Wähleranteile, wie sie jetzt Grundprinzipien wieder mit Füssen treten. Und diese Eigentumsgarantie müsste der FDP, dem Freisinnigen, den Liberalen ja heilig sein. Aber jetzt machen sie mit, lassen sie sich einspannen von den Amerikanern in diesem letztlich rassistischen Verfolgungs, in dieser rassistisch motivierten Verfolgungsjagd. Ich sage rassistisch motiviert, um das Ganze hier etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen. Wenn man auf Leute losgeht, mehr oder weniger einfach deshalb, weil sie Angehörige einer bestimmten Nation sind, dann ist das nach landläufiger Definition Rassismus, obwohl das Wort Rasse ja an sich völlig neben der wissenschaftlichen Realität liegt. Es ist auf jeden Fall eine Geländekammer, in die sich eine FDP nie vorwagen. Sollte FDP-Präsident Thierry Burkhardt sieht keinen Grund, weshalb die Schweiz nicht der internationalen Taskforce zur Aufspürung russischer Oligarchengelder beitreten sollte. Er als Jurist hier auf den Gerichtshöfen der Moral unterwegs. Schade, sie glauben natürlich mit dem jetzt noch Boden wettmachen zu können für die Wahlen, aber es ist nichts falscher, als wenn eine Partei Grundsätze, die man hochhalten müsste, preisgibt. Der Nationalrat fordert exploratorische Gespräche zum EBR-Beitritt. Eric Nussbaumer, der ewige EU-Beitritts- und EU-Annäherungsbefürworter der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Eric Nussbaumer, ich schätze ihn sehr. Er ist ein guter Parlamentarier, auch ein guter Debattierer und ein aufsässiger Gegner und Kontrahent. Und selbstverständlich lässt er nicht ab von seinem Ziel, die Schweiz der EU näher zu bringen. Jetzt hat der Nationalrat knapp eine Forderung gegen den Willen des Bundesrats angenommen, exploratorische Gespräche zu einem EBR-Beitritt aufzunehmen. Daraus wird vermutlich nichts werden. Der Ständerat entsprechend dann noch mit einer Abstimmung seinerseits. Der Bundesrat stellt sich auf den Standpunkt, wieso sollen wir einen EBR-Beitritt in Erwägung ziehen, wo wir doch jetzt über dieses institutionelle Thema mit der EU reden. Und lassen Sie hier einfach etwas ganz klar nicht in Vergessenheit geraten. Es ist falsch für die Schweiz, aus meiner Sicht, es ist falsch für die Europäische Union noch mehr anbinden zu lassen, als dies heute bereits der Fall ist. Das würde bedeuten, dass unsere direkte Demokratie zu Schanden geht, die Volkssouveränität, dass Souveränität von ihnen, ihre Volksrechte nach Brüssel verscherbelt würden. Nicht einmal verkauft, sondern verscherbelt würde das verschenken. Es wäre eine Entrechtung, eine Entmachtung des Volkes. Im Grunde steht das dem Parlament und dem Bundesrat gar nicht zu, über solche elementaren Grundtatsachen unserer Verfassung zu diskutieren. Und da sind wir wieder bei dieser unseligen Bundesverfassungsfeier, 175 Jahre Schweizerische Bundesverfassung, diesem peinlichen Klamauk, den man da veranstaltet hat. Und wenn Sie eben sehen, wie die gleichen Parlamentarier, die nicht bereit sind, die verfassungsmässig garantierten Grundrechte der Schweizerinnen und Schweizer in der Schweiz zu behalten, sondern die nach Brüssel verschieben wollen, ja, da können Sie sich nicht mehr wundern, warum man so eine himmeltraurige Feierlichkeitsveranstaltung in Bern macht. Die gleichen Leute, die die Verfassung nicht ernst nehmen, können eben auch keine ernsthafte Feier über diese Verfassung veranstalten. So gesehen ist das eben auch ein Augenöffner, was da passiert ist. Am 12. September hat das natürlich den Leuten gezeigt, mit was für einer verlotterten Einstellung dieses Parlament und vor allem auch da die zuständigen Präsidenten der entsprechenden Kammer, mit was für einer verlotterten Einstellung, die an diese Bundesverfassung herangehen. Man kann von Leuten, die die Bundesverfassung in ihrer praktischen Tätigkeit nicht ernst nehmen, was sie dadurch dokumentieren. Erstens, dass sie Volksentscheide nicht umsetzen, im Dezember 2016, gegen die Masseneinwanderung. Haben sie einfach eiskalt beerdigt, die Parlamentarier. Und zweitens, wenn man die Volksrechte nach Brüssel verscherben will, dann nehmen sie eben die Bundesverfassung auch nicht ernst. Entsprechend fallen dann die Feierlichkeiten aus. Der GLP-Chef, der Chef der grün-liberalen Partei, Jürg Grossen, behauptet im Interview mit dem Tagesanzeiger, die Bevölkerung, die Schweizer Bevölkerung sei bereit, etwas mehr für grünen Strom zu bezahlen. Die Journalisten, die sich in den früheren Jahren die Finger für die Energiewende wundgeschrieben haben, wundern sich jetzt, dass die Strompreise derart steigen. Das ist ja auch wieder so etwas. Jetzt hat man doch Ihnen auch von Seiten der Medien diese Energiewende verkrickert als das Gelbe vom Ei. Jetzt steigen die Preise. Und die gleichen Leute, die das hochgejubelt haben, tun jetzt so, als seien sie überrascht. Dabei waren sie gewarnt. Ich kann mich erinnern, damals noch Nicht-Bundesrat Albert Rösti, die Kampagne angeführter SVP, die Zahlen. Sie erinnern sich vielleicht, die schlotternden Menschen unter der Dusche, kalt duschen, massive Verteuerung der Strompreise. Man wurde ausgelacht. Sie haben das weggewischt, verhöhnt und jetzt ist es genauso herausgekommen. Viele Haushalte müssten nächstes Jahr mehrere hundert Franken mehr für Strom bezahlen. Erinnern Sie sich, wie Bundesrätin Doris Leuthardt die SVP der SVP Lüge vorgeworfen hat, als ihre Aussage anzweifelte, dass die Strompreise pro Haushalt mehr als 40 Franken pro Jahr steigen würden. Zitat, die Zahlen der SVP sind schlicht Hanebüchen. Zitat Ende. Beschwerte sich Bundesrätin damals Doris Leuthardt in der Aargauer Zeitung. Sie meinte 2017, Zitat, wir haben das Energiegesetz mit den heutigen Technologien berechnet. Bis 2035 wird sich aber enorm viel entwickeln. Die Preise werden entsprechend fallen. Zitat Ende. Die Preise werden entsprechend fallen. Da sehen Sie die ganze planwirtschaftliche Anmassung dieser Magistratin, die da glaubt zu wissen, wie sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln. Man blendet einfach bei dieser oder man blendete und man blendet immer noch in gewissen Kreisen bei dieser Milchbüchleinrechnung die ganzen Investitionen aus. Das hat man einfach unterschlagen. Und heute weiss auch GLP-Präsident Jürg Grosse nicht viel mehr als zu klagen. Die Strompreiserhöhungen seien ein Ärgernis, sagt er. Ja, aber ein Ärgernis, das uns Grossen und Co. eingebrockt haben. Sie sind verantwortlich für dieses Ärgernis. Sie haben schlicht unterschlagen, genau wie viel der Netzausbau an Investitionen kosten wird. Und jetzt kommt Grossen und Jammer, das liege nicht am vorhandenen Strom. Es liege am nicht vorhandenen, so muss man sagen, am nicht vorhandenen Stromabkommen der Schweiz mit der Europäischen Union. So als ob die EU vorigen Strom hätte, den sie in die Schweiz liefern könnte. Die hatten ja selber eine Mangellage. Also wir werden hier von Blinden geführt oder von Verblendeten, von Grünverblendeten geführt, von Blinden. The madmen are guided by the blind, heisst das glaube ich in King Lear, das original Shakespeare Zitat, wird etwas anders formuliert sein. Aber eben die Blinden führen die Verrückten bzw. die Blinden sitzen im Cockpit dieser Energiewende. Aber, aber, auch hier jammern gilt nicht. Wer hat das alles abgesegnet bei den letzten Nationalratswahlen? Wer hat diesen Parteien hier den entsprechenden Schub, den Booster gegeben? Ja, meine Damen und Herren, das waren sie, das waren die Wähler, vielleicht nicht die Zuschauer dieser Sendung, aber das waren Vertreter des Souveräts der Schweiz. Und darum muss man jetzt wieder korrigieren, bald sind ja Wahlen in der Schweiz. Das Gejammer gilt nicht, Faust im Sack machen gilt nicht. In der Schweiz muss man eben selber die Verantwortung übernehmen als souverän. Und wenn man als souverän nicht mehr souverän handelt und wählen geht, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann in einem Protektorat der Europäischen Union am Morgen wieder aufwacht. Seltsamer Beitrag, auch bei Blick Online. Ein bezahlter Inhalt von Swiss Climate Challenge, einer Initiative von Swisscom, Mobiliar Migrosbb Post, das ist die Thüringer Waldbesitzerin. Da erzählt uns der unvermeidliche Klimaforscher und ETH-Professor Reto Knutti, der übrigens selber die ETH nie absolviert hat. Die Massnahmen gegen den Klimawandel müssten nicht verbissen, sie könnten auch lustvoll sein. Lustvoller Klimawandel mit Reto Knutti, darum ruft er zum Public Challenge auf, mit dem eine Million Kilogramm CO2 eingespart werden soll. Spielerisch geht so, dass man während sechs Wochen Mobilitätsdaten aufzeichnen soll, damit man vermehrt zu Fuss geht oder den öffentlichen Verkehr nutzt. Knutti allen Ernstes, ich zitiere, mit unserem Verhalten haben wir die Möglichkeit zu wählen zwischen 1,5 Grad Celsius Erwärmung oder 2, 3 oder 4 Grad. Die Tatende. Also meine Damen und Herren, helfen Sie mit, Sie können direkt den Knuttischen Schaltknopf bedienen und die globale Klimaanlage auf 1,5, 2, 3 oder 4 Grad einstellen. Da braucht es ja dann wirklich keinen lieben Gott mehr, keinen Schöpfer. Der Knutti kann das genau so gut. Rot-Grüne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament völlig entfesselt. Es soll 10'000 zusätzliche Veloparkplätze geben. 10'000 zusätzliche Veloparkplätze. Wenn man sich daran erinnert, wie um einen einzigen Autoparkplatz gerungen und gekämpft wurde. Jetzt plötzlich flächendeckend in Regimentsstärke sollen da die Velos angesiedelt werden auf diesen Parkplätzen und zwar innerhalb von zwei Jahren und auf Kosten der Autoparkplätze. So hat es der Gemeinderat gestern Abend entschieden, mit 59 zu 49 Stimmen. Man könne dazu den Boden entsiegeln, also vom Teer befreien und so auch gleich einen Beitrag leisten zur Hitzeminderung und zur Biodiversität. Sogar der Stadtrat lehnte den Vorstoss als unrealistisch ab. Er muss jetzt aber gegen seinen Willen eine Vorlage ausbauen. Laut gewissen Medien ist Corona zurück. Nämlich die Varianten Eris und Pirola. Ich habe selber heute einen Bekannten treffen wollen, der wegen Corona in der Verwandtschaft jetzt absagen musste. Im Blick empfiehlt Moderna-Chef Dan Stahner Masken. Und ja, indirekt auch eine Impfung ist ja klar. Dr. Malboro sagt auch, man solle mehr rauchen. Auch der Bundesrat ruft immer wieder zum Impfen auf. Im Winter droht die Situation schlimmer zu werden. Neue Varianten seien ansteckender. Stahner kündigt neue Versionen von Impfungen an, die in zwei, drei Wochen erscheinen und gegen die Mutationen wirken soll. Dass es sich angeblich um einen komplett neuen Impfstoff handelt, dürfte die Skeptiker nicht wahnsinnig überzeugen. Jeder solle selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will. Stahner trägt mittlerweile auch wieder eine Hygienemaske im Flugzeug. Unschöne Zeiten für die katholische Kirche, für die Kirchen wohl ganz allgemein. Denn ein reformierter Pfarrer hat mir gesagt, dass er jetzt Austrittsschreibungen bekomme und seine Beschwichtigungen, ja diese Skandale betreffen ja die katholische Kirche. Die scheinen da nicht vertrauensbildend zu wirken. Bei diesen Missbrauchsfällen ist offiziell ruchbar geworden. Es geht ja um die katholische Kirche, was aber nicht heissen soll, dass in der reformierten Kirche alles optimal läuft. Da kann es ja auch Probleme geben. Einer der Direktverdächtigen eines Überbegriffs an einem Jugendlichen ist der 72-jährige Abt des Klosters Saint-Maurice im Wallis, Jean-César Scarcella, Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz. Er hat dies selber kommuniziert und will bis zum Abschluss der Untersuchung sein Amt ruhen lassen. Den unerfreulichen Vorfall, es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung, wollen wir zum Anlass nehmen, wenigstens die Institution des Klosters Saint-Maurice zu würdigen. In der Deutschschweiz viel zu wenig bekannt, benannt nach dem Glaubensmärtyrer der tebäischen Legion Mauritius. Es wurde 515 nach Christus von Sigismund, dem späteren Burgunderkönig, gegründet. Soll das älteste Kloster nördlich der Alpen sein. Ab ca. 830 Chorherrenstift, seit 1128 Gemeinschaft der Augustiner Chorherren. Der Abt führte 1840 bis 1887 den Titel eines Bischofs von Bethlehem. Chorherren führen ein Kollegium mit fast 1000 Schülerinnen und Schülern. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist es. Nein, wir haben hier noch ein Thema, das wir als positiven Schlusspunkt setzen können. Der Nationalrat will die A1, die grosse Autobahn, auf mindestens sechs Spuren ausbauen. Eine Motion von Nationalrat Erich Hess, SVP Bern, ist angenommen worden mit 94 zu 87 Stimmen bei vier Enthaltungen. Das wird die Automobilisten freuen und ist eine Reaktion natürlich auch darauf, dass unsere Infrastruktur völlig überlastet ist. Warum? Aufgrund der massiven, völlig außer Rand und Band geratenen Zuwanderung. Und das ist das Grundproblem, dass natürlich diesen Staustunden, es ist eine massive, eine Vervielfältigung der Staustunden in der Schweiz hat da stattgefunden. Und das ist, wenn es dann durchkommt, wenn es dann realisiert wird, ich wage noch nicht daran zu glauben, dann wäre das natürlich schon ein wichtiger Schritt hier, den Verkehrsfluss in der Schweiz wieder zu erhöhen. Es gibt keinen guten Krieg und keinen schlechten Frieden. Ein wichtiger Satz, den wir zum Schluss noch setzen möchten. Es gibt keinen guten Krieg und keinen schlechten Frieden. Und ja, das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal auf die neue Weltwoche hinzuweisen. Auch dies, ein Beitrag zur Friedensförderung, zur besseren Verständigung, ist mir wirklich ein Anliegen. Und wir nehmen das ernst, dass wir hier gegen diese gleißenden, gegen diesen gleißenden Konfliktismus, gegen diese Streitsucht, gegen diese moralische Selbstgerechtigkeit auch, mit der sich vor allem jetzt auch auf westlicher Seite die Wertegemeinschaft selber überhöht. Da müssen wir alle etwas vom Hohen Ross herunterkommen. Das ist eben auch diese Woke-Philosophie, die Neigung, die eigenen Werte, die eigenen moralischen Überzeugungen zu verabsolutieren und damit eben anderen Zivilisationen, anderen Gruppen, geringere Werte zuzusprechen. Und da ist natürlich nur noch ein kleiner Schritt dazu, von wertlosen Gemeinschaften zu reden. Und dann sind wir in den Höllenkammern letztlich auch des Totalitarismus wieder angelangt. So weit ist es natürlich nicht. Und in der Schweiz ist die Situation relativ gesehen immer noch etwas besser. Warum? Weil wir die direkte Demokratie haben, weil am Schluss die Lebenswirklichkeit der Leute zählt. Und innerhalb der direkten Demokratie, innerhalb von unserem Staatsaufbau, auch mit der Neutralität, dieser Fessel der Aussenpolitik, dieser Fessel gegen politische Abenteurer. Und wegen des Föderalismus, Antizentralismus haben wir eine grössere Bodenständigkeit, sind die Politiker immer wieder gezwungen, auf die Leute Rücksicht zu nehmen. Das ist in anderen Ländern weniger der Fall. Zum Beispiel in Deutschland, wo ja die Aussenministerin Baerbock schon im letzten Jahr gesagt hat, im Grunde ist es mir egal, was die Deutschen denken, wir werden an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen. Solche Sätze wären in der Schweiz undenkbar das auszusprechen. Man denkt zwar, vielleicht gibt es Politiker, die sagen, das ist mir auch egal, was das Volk macht. Und ich habe es gesagt, sogar Volksabstimmungen werden nicht umgesetzt. Aber in dieser krassen Form dürfte man das nicht zugeben. Man müsste es wenigstens vertuschen, man müsste wenigstens so tun, als ob. Aber am Ende des Tages schlägt halt in der Schweiz doch die Lebenswirklichkeit der Bürger schneller durch auf die Politik, als das in anderen Ländern der Fall ist. Darum müssen wir unbedingt diese Staatsform verteidigen. Und das ist die grosse Botschaft der Verfassungsjubiläen jetzt 175 Jahre moderne Schweiz. Man überhöht jetzt das Datum 1848. Nichts gegen 1848, das ist ein grossartiges Datum, ein Meilenstein in unserer Geschichte. Aber die Grundlage von 1848 ist eben 1291. Damals, als man in den Waldständen da zusammengekommen ist, am Vierwaldstättersee, und sich verschworen hat zu einer Beistandsgemeinschaft, zu einer Eidgenossenschaft, das war sozusagen der embryonale Urknall jener Selbsthilfeorganisation, jener wohl erfolgreichsten und langlebigsten Selbsthilfeorganisation in der politischen Geschichte der Menschheit. Gibt es einen grösseren Superlativ? Nein, ich muss es jetzt hier so stehen lassen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.